Hallihallo, hier ist wieder Milzbrand XY, einfach Milzi. Jetzt geht's weiter mit Faktorio. Kann man ja dann... Ja, machen wir mal die. Oder doch. Wir machen das mal. So. Wir haben ja jetzt letztes Mal das Ding hier gebaut. Für Stein. Nee. Landaufschüttung. Mal gucken, wieviel wir schon haben. 79. Ist ne Frage, warum wir rüber gehen. Hier beim Strom möchte ich nicht rüber gehen. Mir wäre vielleicht auch lieber, wenn ich irgendwo rübergehe, wo auf der anderen Seite auch hier, wie hier bald ist, dass ich nicht gleich mit EMA geschissen kann. Da kann ich auch mal gucken. Und ne große Fläche. Ne große Fläche ist... Sehr groß. Okay, hier brauchen wir das probieren. Oder wir gehen so hier lang, weil... Haben wir dann... das sieht gut aus wir gehen darüber und was ich noch machen möchte hier mal gucken wir müssen ja so machen dann müssen ja auch so lange kommen ich will eine doppelte reihe haben will ich eine hin und eine her oder ja und dann möchte ich dann hier wurde dann anderen seite so und das ist aber nur der verteidigung ich möchte nämlich moment habe ich mir so überlegt wir waren das muss so hoch und dann kommt die straße hier hier vorbei aber hier ist inzwischen er ist hier wasser dazwischen so dass in die rüber kommen genau wo ist das so das wird dann die straße werden also und hier ist an der verteidigungsriegel hier rum und so lang also brauchen wir hier noch mal so was jetzt reicht es wieder nicht ok das ist dann der endstadium leider haben wir auch keine roboter mehr und so weiter so und dann dann die strom dinge so und die legen wir dann auf der seite ab genau das machen wir dann so im kreis rum weil hier muss dann noch eine bahn lang gehen also eine bahn schiene sind ja also bahn schienen nur mit förderbänder ganz vergessen mal wegnehmen das jetzt so auf nur förderbänder ist blöd wo haben wir den bahn schienen genaue dann kann man auch mal erforschen so ist es nicht wir hatten ich habe doch von sparen schienen gehabt also von uns ich habe heute schon ein paar ansehen gesehen ok ansehen sind zwei breit oder und zwei oder unzug egal einzug muss hin einzug her und vielleicht mal 1 2 also eine reihe also müsste ich noch erreichen dann tun wir hier noch mal schnellen verteiler hinsetzen nein er muss ja jetzt noch nicht aktiv sind noch nicht mit strombelle befüllt sein es kommen jetzt werden in einer vier jahren in auf der so der kommt dann kann man das so machen dass der bevorzug bevorzugte eingang recht jetzt so 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 da oben ist das okay ich fange mal von der anderen seite an ja wir haben jetzt double gemorpelt aber besser ist es so 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 ...materialien. So. Da kommt's erst. Da kommt's erst. So. Also viel haben wir nie. Jetzt wird's teuer werden. So, aber was... Mir fällt gerade ein. Wir haben ein Gewehr-Munition. Was hieß es? Nee, warte mal. Dann nimmt er nur das, ne? Panzerbrechende... Ah, okay. 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 Kann man da auch was verbessern an den Kugeln? Noch nicht. Warte mal, wie kann man die machen? Warte mal, wir brauchen... Für das, da, brauchen... Haben wir eigentlich alles da. Wir brauchen das. Okay. Wir brauchen das. Dann machen wir was da. Okay. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? So. Grün hat man keine mehr drin gehabt. Doch, grün hat man gehabt. Ah, sind sie. Okay. Hm. Okay. Okay. Ich kann mal aus dem machen. Hier, mit dem kann man das ja machen auch mit. Hm, schade. So, wir wollen das mal einpacken. Das sieht schon viel schöner aus jetzt. Jetzt sieht's besser aus. Bedeutend. Okay. Okay. Jetzt werden sie ordentlich verdichtet. Ach so. Wir wollten ja weiter gucken. So, unser Radar hat, denkst du, ist ja gebaut worden. Kugelschaden ist wichtiger, oder? Entsorgung von Flüssigkeiten. Okay. Dann machen wir lieber das da. Stromnetz. Mal. Mal. Hier die Lidiumverarbeitung. Mal. Hier die Lidiumverarbeitung. Uhh. Musik ok wir haben halt von hier auch noch ein stromnetz hochziehen müssen vielleicht machen wir doppelt gemoppelt weil sie doch mal stromnetz abkapseln abhacken oder so wie das heißt natürlich habe ich wieder nicht genug ich sehe es gerade wieso vergesse ich immer der hälfte mitzunehmen das dauert immer sehr ewig gut hier haben wir noch was im enden machen wir doch nicht den strang will ich dann schon für die dinge haben jetzt gleich zahnräder die sind dann dabei bleiben das lassen wir erst mal holz lassen wir erst mal so wie es ist jetzt haben jetzt haben wir panzer brechen munition da brauchen wir nun stahl nach oben führen das ist natürlich besser moment habe ich wieder die stromasten vergessen man wo habe ich denn manchmal meine gedanken bei mir selbst durch kurz kenne flugdinos gibt es oder so flug aliens strommasten mitnehmen und die stahl porten weiter tun wir oben mal gott sich munitions produktion anhalten also stoppen anzupressende munition umrüsten oh oh ja Ok, wir haben, wir machen halt so. Ok, wir machen, wir machen das. Ok, wir haben dann alles. Ok. 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 Vielen Dank. Doch, wir lassen das in der Mitte. Vielen Dank. So, da kommt der Halbwix hinterher. Ich muss mich jetzt nicht so ernten wie letztes Mal. So, da kommt der Halbwix hinterher. So, zur Not machen wir die hier halt länger. So, da kommt der Halbwix hinterher. 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 Nein. So, da kommt der Halbwix hinterher. 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 dann lieber ein rückstau darauf gewartet dann lieber ein rückstau darauf gewartet okay so okay Okay, was fehlt denn jetzt? Okay, wir gehen auf. Haben sie verkehrt herum gebaut. So, jetzt fehlt uns nur noch Stahl. Stahl hat man hier unten. Wie gucken wir den von da unten, da oben hin? So, natürlich mit dem hier. Ah, wie das Falsche. Ich sag jetzt erstmal Tschüssi und Bye Bye, euer Milzi.